Musik Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Assassin's Creed Black Flag. Mein Name ist der Ed, ich begrüße euch ganz herzlich. Ja, und jetzt wollen wir mal probieren, weil wir stellen uns ja jeder Herausforderung. Den weißen Wal zu killen. Und da bin ich mal gespannt, ob wir das irgendwie packen. Wird interessant. Also quasi gegen Moby Dick. So wie ich die Sache sehe. Wow, 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 der hat Power. Ich sehe ihn nicht. Daneben geschmissen, verdammt. Wo ist er? Ich sehe... Der hat ja noch nicht Hilfe. Der ist stinksauer! Ja, auf jeden Fall ist der sauer. Okay, komm. Er wird schwächer? Naja, das sehe ich noch nicht so. Hab dich! Ha! Okay. Guter Schuss, Käpt'n! Achtung, Schwanzlotte! Der hat ja noch nicht mal gezuckt! Oh! Der ist halt, Käpt'n! Ei, 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 ei. Ich glaube, der mag uns nicht, Käpt'n! Ja, unser Boot hat auch gut schon was abbekommen. Da ist er, mal komm. Da ist er, an Backbord! Ja. Festhalten! Ich hab das ganze Meer rot! Ei, 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 ei. Ah. Er wird schwächer! Ah, ja! Okay, komm schon. Schnell, bevor er mit dem Schwanz schlägt! So! Kommt er wieder! Festhalten! Ei! Ich hab ihn doch getroffen! Ich hab ihn doch getroffen! Warum hat das nicht funktioniert? Okay. Wir probieren es nochmal. Eigentlich wollte ich es nochmal probieren. Ähm. Ja. Komm, wir probieren es nochmal. Das können wir uns ja nicht entgehen lassen, ne? Müssen wir nochmal drehen. So, komm. Den wollen wir uns doch nicht entgehen lassen. Ich bin gleich, Käpt'n! Hab Bruder, bereit! Alle Segel! Nochmal! Zur Jagd, Männer! Ui, da ist er. Bereit, Jungs? Die Haken! Sonst schlüpft er uns auf der Fass! Das Spieß ist verletzt! Sehr gut! Okay, dreimal getroffen schon, das ist gut. Seht ihr das, Leute? Das Spieß ist verletzt! Sehr gut getroffen ist er, ja? Hat er nicht aufgehalten! Er schlägt mit der Schwanzflosse! Seht ihr das, Leute? Das Spieß ist verletzt! Das Seil ist gerissen! Okay, hat er losgemacht? Wo ist er? Da seht er! Der ist stinksauer! Wo ist er? Komm schon! Da hinten irgendwo? Da ist er! Ein Backbord! Sichert das Seil! Das Spieß ist verletzt! Verdammt! Ich hab auch nicht mehr so viel... so viel Harpunen! Seht ihr das, Leute? Das Spieß ist verletzt! Schnell, bevor er mit dem Schwanz schlägt! Du hast ihn gar nicht, Käpt'n! Der ist wieder freilich! Oh, okay, es wird knapp. Es wird gefährlich! Es wird knapp, es wird knapp, es wird knapp, es wird knapp. Neun Harpunen noch? Da ist er! An Backbord! Ja, komm schon! Das ist es! Ruhig jetzt! Seht ihr das, Leute? Er färbt das ganze Meer rund! Ja! Gut, da schluss, Käpt'n! Hab ihn! Okay, komm! Harpunen sind fast verbraucht, Sir! Schnell, bevor er mit dem Schwanz schlägt! Das tut ihm gar nichts, Käpt'n! Das gibt's doch nicht! Wir haben ihn doch schon gehabt, ey! Wir haben ihn schon gehabt, ganz ehrlich! Okay! Okay, wir machen mal kurz. Quatsch, ich will doch nicht schießen. Lass mal los hier, komm! Das lass ich jetzt nicht auf mir sichern. Den haben wir doch schon fast gehabt, ey! Komm, lass los! Gucken wir nochmal, ob wir eventuell nochmal unsere, ähm, Dings aufbessern können. Unsere, ähm, Harpuniersachen. Ähm... So, was haben wir denn da? Jagdkanonen. Stärke des Rammschrons. Mörser. Okay, wir können gut aufrüsten, sehe ich gerade. Ähm... Abba im Moment. Panzerung des Beiboots. Das geht nicht. Stärke der Harpune. Lager für Harpunen könnten wir. Dann hätten wir mehr. Okay. Das ist gut. Ähm... Lager. Stärke der Feuerfässer. Stärke der Drehbassen. Die Mörser könnten wir auf... ...pushen. Jagdkanonen. Breitseitenkanonen. Die könnten wir nochmal aufbauen. Nehmen wir mit. Ähm... Warte. Machen wir das auch noch gleich. Ja. Gucken, ob wir noch was bauen können. Breitseiten. Rampsporen ist mir relativ schnuppe. Kettenkugeln. Damit hantiere ich auch nicht. Aber die Mörser wären wichtig. Nehmen wir mit. Vielleicht können wir noch irgendwas. Nehmen wir auch mit. Panzerung wäre halt wichtig, ne? Aber dazu fehlt uns halt noch ein paar Sachen. Okay. Jetzt sind wir aufgerüstet. Wir haben mehr, ähm... Mehr, äh... Harpunen. Jetzt probieren wir es nochmal. Weil... Ey, das geht nicht. Wenn wir hier schon so ein Teil haben. Moby Dick. Dann probieren wir es natürlich. Dann ist ja wohl klar. Klar. Okay. Was ist denn hier los? Wo ist das Teil? Okay. Ich will nichts von euch. Ich will lediglich hier... Dann lasst etwas Segeln sehen. Fischen? Gut mir nichts. Bitte. Raus aus dem Wind! Zur Jagdmänner. So. Dritte Mal. Jetzt muss es aber klappen. So. Kommt. Ich seh' ihn. Festhalten! Festhalten! So. Vielleicht mal 40 Harpunen. Das ist schon mal was. Seht ihr das, Leute? Ah, ja! Äh, getrocken. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Verdammt! Der ist gefährlich! Verdammt, verdammt, verdammt. Wo kommt er? Steuerbord oder Backbord? Er ist vor dem Backbord-Bug! Das ist es! Ruhig jetzt! Jetzt start! Das Spieß ist verletzt! Ja. Er färbt das ganze Meer rund! Geschafft! Hab ihn! Hab dich! Sehr gut. Das Spieß ist verletzt! Er hat ja noch nicht mal gezuckt! Er schlägt Rasswanzlosse! Ja! Er ist weg! Ja. Sehr gut. Seht ihr was? Sieht jetzt ganz anständig aus. Von wo kommt er? Weder Backbord oder Steuerbord? Wow. Sicher das sei! Alter! Er will uns versenken! Wo ist er? Wo ist er? Komm schon! Da jetzt! Ich sehe ihn! Steuerbord voraus! Ha 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 ha! Ja! Mach dich nur müde! Komm! Komm! Ah, daneben! Ha 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 ha! Erwischen! Ja! Er hat's ja noch nicht mal gezuckt! Er schlägt mit der Schwanzlosse! Er färbt das ganze Meer rund! Hab dich! Hab ihn! Okay, wir haben's aber gleich! Augen auf, Jungs! Zwei, drei Treffer, dann haben wir ihn! Der ist hartnäckig, der ist echt übel! Da kommt er wieder! Los, Männer! Boah, das gibt's doch nicht! Ein Treffer! Ein Treffer, also ganz ehrlich! Oh, nee, ey! Nee! Sorry, Leute, aber das... Das lass ich nicht auf mir sitzen! Das kann's doch nicht sein! Legen wir los! Ha 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 ha! Ruhig jetzt, Jungs! Seht ihr das, Leute? Mal, treffe ihn! Geschafft! Hab ihn! Nicht aufgehalten! Ha, ja! Er schlägt mit der Schwanzlosse! Er wird schwächer. Er wird schwächer. Das Seil ist gerissen. Okay. Ich sehe nichts. Du hast ihn nicht aufgeholt. Versichert das Seil. So, ist gut. Mach dich nur müde. Seil ist sicher, Käpt'n. Es strahlt Männer. Volle Konzentration. Treffer. Ha, 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 ha. Erwischen. Das schmeckt ihm nicht, ha? Ha, ha, ha. Geschafft. Traffer. Okay, jetzt sehen wir es nicht mehr. Schnell, Traffer. Spann schlägt. Er färbt das ganze Bär. Und er schloss, Käpt'n. Der Traffkopf hat das Seil zerrissen. 13 Harpunen noch. Wir müssen aufpassen. So. Und ob der gefährlich ist. Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. An Steuerbord. Ja. Festhalten. Festhalten. Guter Schuss, Käpt'n. Sehr gut. Ha, 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 ha. Erwisch. Guter Schuss, Käpt'n. Er schlägt mit der Schwanzblosse. Er färbt das ganze Bär rot. Er spießt es tot. Boah. Alter, Feilter. Sieh dir mal das Riesending an. Meine Güte. Also das war ein hartes Stück Arbeit. Feine Ausbeute, Sir. Boah. Uiuiuiuiui. Okay, jetzt gehen wir aber wieder zur eigentlichen Mission zurück. Trink jeden fetten Stoff in den Wind. Machen wir mal. Stopp, Ram und Maussiegeln. Boah. Mein lieber Hellsangzwein. Ah, was bist du? Ah, Level 49. Ich will keinen Ärger mit euch. Lediglich zu meinem Ziel. Boah, ist noch so weit. Ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir mal einen kurzen Cut. Und sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich werde Offscreen-Mall dann zu unserem eigentlichen Ziel hin segeln. Und ja, hinterlassen ein Däumchen nach oben. War ja echt übel mit den Moby Dick. Das war echt heftig. Wie gesagt, Däumchen nach oben lassen. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Euer Ed von Edgaming.tv. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020